ist lustig Rally um Euro auf geht's jetzt das ist so lange her ich war überhaupt nicht auf mit so einer dicken Weste kommen heute zum riesen Totenkopf auch im Rücken oh ne oh ne oh ne schon entdeckt aber nicht schlimm die UMP macht Spaß Alter, jetzt schon so was muss ich machen? Ich bin da vorne, ich kann die Fangen nicht! dann wagt direkt nach hinten hab die lange nicht gespielt, ich meine ja klar, macht Sinn boah zum Glück hab ich Schrotten gelevelt ich hatte schon Angst zu sich ach na der sah anders aus, oh fuck, ich hab vergessen wie der aussieht egal oh hey cool, was haben wir denn hier? oh ja genau alright da ist er, ich hab ihn da ist er, ich hab ihn 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 jetzt nicht hier links ich hab ihn jetzt nicht hier links ich hab ihn 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 Achso, du hast Technik... Ach ne, ja, ist gar nicht. Wer ist der denn? I am a P90. Hat der Techniker? Ja, Techniker! Nice! Oh oh. Ich hör sie schon, die Cloaker. Ich spiele viel zu schnell für mich. Au, 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 au. Ich fahr ich schon wieder fast, ey. Du, 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 nein, sag bloß. Ah, er braucht nicht mehr so lange, schon mal schön. Baller doch auch mal ein bisschen auf was rein. Ach, da die Panzerung mit dem Perk-Deck ist so krass. So hart OP. Ja. Ich hab aber nicht die Ultimate Edition, so kann ich das nicht... Oh, lol. Ach ja, stimmt, hier war immer so ein dickes Tor. Aber man kann das auch silent machen, soweit ich weiß, ne? Ja. Irgendwie reizt es mich ja schon, die mal auf silent zu machen. Ich hab auch keine Ahnung, wie... Ja, ich will mir ja auch schon erstmal Tutorials ECT... Was, 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 was müssen wir machen? Sind es ja, warum? Ach du Scheiße. Ich bin so schon völlig überfordert. Ach, lol. Irgendwie ist getasert. Ja, Mucke. Lass mich nicht allein! Ach, jetzt war ich schon, ich fang schon das Singen an, ey. Das ist ein Doser. Oh. Hier unten. Ich hätte vielleicht mal mein Visier ändern sollen, das ist jetzt nicht so ganz die Idee, dieses ACOG hier zu benutzen. Äh... Hä? Ey, komm, die Scheibe ist kaputt, lass mich da raus! Boah, Alphawende! Boah, das... That recall, ey. Oh, mir ist klar! Warum ist die jetzt gerade genau bei mir? Florian hat mir gerade geschrieben, ich hab Eierfeule. Was hat er? Eier... ich hab Eierfeule. Du? Hm. Werde der Spiele. Ach, der hat doch keine Ahnung. Das ist ne Hassliebe, das wissen wir doch alle. Oh, mir ist klar! Oh, drei Sniper, ja moin. Ich muss hier weg. Äh... Ha 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 ha. Ihr habt mich ein bisschen... ein bisschen zurückgelassen! Man, ihr vorhine Part, ja merk ich. Also das Problem ist, wenn einmal deine Panzerung down ist, bist du eigentlich sofort weg. Alter, was ist mit dem Ball los? Ich muss eigentlich, ich muss die Ball wieder hochdrehen. Operationen, Ton, Musik. Boah, ein bisschen sehr laut. Sag mal eben was. Komm jetzt. Hallo. Ja, alles klar, das sollte reichen. Hä, lol. Hä, wer ballert denn da auf mich? Kann man um eine Granate schmeißen? Egal. Haben wir irgendwie noch... Ne, hä? Warum ist denn der auf einmal so leise, der Bohrer? Okay, the feel is down. Check the drill. Ich bin ja schon surprised, dass ich bisher noch nicht rund ums Down gegangen bin. Boah, Shotgun ist echt hart OP mit dem Skilltree, ne? Ja. Putz, 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 putz. Trophy unlocked, Dozer. Hä, toll, was hab ich gemacht? Ah, da ist er nämlich viel mehr getritten. Cockmock. Ach, netter Name. Wie heißt der? Cockmock. Okay. Boah, ich muss mir irgendwie ein Ding ins Wiederholen, ey, äh, Fox hat. Hm. Glaub ich auch. Na, Cockmock wird sofort gechasert. Der kommt rein, der wird gechasert. Oh Gott, die haben es auch. Ja, man kommt ja quasi da rein, wo der, wo der, äh, ich sag mal, wo der, wo die KI gerade rumrennt. Und dementsprechend, je nachdem, wo die rumrennt, ne? Oh fuck, Dozer. Ah, hat mich fast ein ganzes Magazin gekostet. Nein, hat mich ein Magazin gekostet. Der wollte sochen. Rein da! Ich hab noch sechs Schuss. Oh oh. Oh oh. Du kannst schreien. Mach mal auf. Äh. Oder hast du das noch nicht geskillt? Nee, hab ich noch nicht geskillt. Alter, verreckendlich! Lollah. Ja, ja, du mich auch. Alter. Oh, man schmeißt sogar jetzt Magazine weg. Inwiefern? Wenn man nachlädt, dann schmeißt du den Magazin am Boden. Recht cool. Ja. Hm. Geh ich nicht. Hier, mir wird getasert. Oh ja, guck mal, klar, den haben wir ein bisschen zurückgelassen. Äh, sollte ich meine dazu packen? Äh. Ich pack's einfach mal, ne? Achso, ja, ja, klar. Muss, also war. Geht denn hier ab, Alter? Jo, Alter, ja! Oh, guck mal, kurz ausgenockt, aber wo, ey? Rand. Oh, leu. Alter, da ist es so voll, die Zeige des Treppenhausen, ne? Die Sniper, Alter. What the fuck? What the fuck? Was geht denn hier ab? Äh, Space. Äh, Alter, da kommt gleich ein Dozer. Äh, Jungs. Ich bin hier so hinten so ein bisschen in der Unterzahl. Oh, oh. Jetzt kommen wir auf die Lüftungsschächte. Sag, ich stehe gleich nicht neben mir. Okay, fuck the shit. Ohne Ziel, wie sie bin ich besser dran. Zumindest auf die kurzen Entfernungen. Shit. 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 Hä, haben die das Feuer gelöscht? Ne, haben sie nicht. Dude, come down here in the vault, man. Oh, dann bleib mal hier oben, Idiot. Ah, okay. Ah, geh weg. Alter. Alter. Ja, nee. Oh, Flashbang. Moni, 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 ich brauche Ammo, ich brauche Ammo. Ja, stimmt. Ne, ne, passt schon, ich sammeln mir hier ein bisschen. Noch, noch halte ich es aus. Ich würde sagen, ich will das so ein bisschen aufspannen für dich. Für so das Ultimativum. Spannung, nice. Blenden die eigentlich in die, weil kaum einer welche braucht. Warum hat das so eine Weiberstimme? Hast du mir wahrscheinlich weggenommen? Ich meine, den Vault kann man ja auch anders öffnen. Gab es nicht auch irgendwie... Boah, ich weiß nicht mal, welcher war das? War das der hier? Der Vault? Wo man, ähm... An so speziellen... Ja, genau, das war dieser Vault hier. Overdrill. Overdrill hieß das. Mhm, da muss es irgendwie speziell, die, die, die irgendwie, die, die Kameras dürfen nicht zerstört werden und du musst spezielle, äh, Vierecke aktivieren oder benutzen und schlag mich durch in gewissen Reihenfolge und bla, bla, bla. Fand ich eigentlich ganz... Das habe ich das noch nicht verstanden. Wollte ich mal machen, habe ich aber bisher noch nie gemacht. Ja, weißt du, Mucke kommt gerade die ganze Zeit nicht aus dem Arsch und jetzt aber einmal ist er der erste, der unten ist, oder was? Nee, das war Cockmock. Der steht da immer noch da hinten. Echt? Ah, okay, Mini. Äh. Und das sollen wir jetzt noch rauskriegen, oder was? Ach, hä, warte, wir müssen ja durch den, durch den, durch den Schacht. Genau. Okay, hier hoch, schmeißt dir das. Gott, ein bisschen mehr aus. Ein bisschen mehr ist gut, Alter. Ich habe 400 Panzer, um mich gerade nachgeguckt. Oh, ich habe da wie viel? 400. Ach, das ist nicht gerade wenig, ne? Dumm, 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 dumm. Wurde von Oemes aufgeholt, ne? Ja, wo ringt der Kerl eigentlich rum? Keine Ahnung, was der hier feiert, Alter. Ich bin wieder, Manni. Na, oh. Gut gecharged. Äh. Äh. Also ob keiner Inspire gescaled hat. Äh, scheinbar schon. Du warst der Einzige. Perfekt. Oh ja, ne, ist klar. Kann man den Aufzug nicht hier runter holen und dann alles in den Aufzug schmeißen? Ähm. Weiß ich nicht. Na, ist auch egal eigentlich. Geht relativ schnell. Gut. Man kann die so übel weit werfen, wenn du das geskillt hast, das ist der Wahnsinn. Tja. Man kann die so krass weit werfen. Ja. Guck mal, wird getasert, glaub ich. Mir egal. Ne, irgendwas irgendein. Hä? Ach, da. Okay. Boah, weißt du welchen heißt es wir gleich machen? Hm? Big Bang. Boah, ja, da. Auch einer meiner Lieblings heißt. Wo müssen wir jetzt hin? Was müssen wir jetzt machen? Wie bin ich mal vor das hier? Vielleicht unten in den Keller, glaub ich. Naja, aber wie? Oh, hier ist ein Doser. Platt. Hier den irgendeinen Aufzug runter, meine ich. Ohne Leiter darin, dann rote. What the fuck. Da rennt auch ein Doser rum, musst du aufpassen. Wir schießen, geschießen. Ha. Achso, wir müssen upstairs. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Ey, du Scheiß-Shield. Hallo, hallo. Ich bin stuck. Ah. Oha. 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 Was war das? Hä? Hä? Doll. Okay, das ist neu, das war vorher anders. Kommst du? Ja, ja. Das war vorher anders, oder? Boah, ging mir noch irgendwie so eine, so irgendwie durch den Aufzug durch, oder nicht? Ich str Tsai Naja. Ich stret's da jetzt aus an. Oha. Soll, wenn sich so gerade zwei. das ist lustig ob es an abschätten dezent läuft einfach mit unendlich armo hier durch wer ist das mucke ja aber wie so richtig gar nicht das der andere mann eines mucke kommt man nicht deshalb natürlich jetzt für den mucke leid warst du das ist es immer noch aber wahrscheinlich weil der john wick der durch rennt der macht gerade so hast du hast du beide gekippt ja ja er kann eigentlich doch kann er wenn er dich gefunden hat und man kann ja gucken so sein player liste last player ja wo ihr cheating nein nein es war guckmann wie gesagt ach guckmann ne warte guckmann sechs muss man mindestens rausholen hallo wir haben alle das world bank das ding mit dem komischen ding am kran diesem schweinchen oder was das war ja willst du leise machen oder also habe ich dann auch noch nie echt noch nie wie gesagt ich mag es mir wenn man hier um eine schulter rumballern komm schon ach ich schmeiß noch ein paar granaten rein wie kann man noch mal granaten werfen drei listen up this is our own déjà vu ich will jetzt speak to the manager er aufschaukonto gibt es ja ohne ende bargeld auch ja läuft ich habe ein level abgemacht cool ich nehme immer die mitte ich weiß nicht warum was das denn ein volt ist das gut da kann man ein skin rauskriegen doppelt geil ja gut kann es kann sein dass man was gutes bekommt aber lass mich raten ich muss einen schlüssel kaufen nein nicht mehr steam inventar ja da ist es äh du hast neue habe ich hier sogar für eine mp5 habe ich sogar was und oh der sieht gut aus was kann man denn da rausholen ein extrem seltener spezialgegenstand Tresor öffnen oh Gott wir kommen jetzt bei CS ey oh das schlägt auf die Augen das tut weh ey ohhhh ja komm spann mich auf der Folter du Saftsack du Saftsack äh muss ich irgendwann was sagen oder so ich weiß es nicht nö eigentlich nicht ist hier ist mein spiel weg gehängt oh da ist es zu bekommen oh lol sag mir jetzt nicht oh ne sag mir jetzt nicht es ist ne Waffe die ich nicht hab oh ne ich kaufe dieses silze ey ja ist echt so das ist die äh ja im Grunde die m1 garant ist im Grunde die wir kommen jetzt im Grunde die wir kommen jetzt Vielen Dank.